Oh, willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil das Beschütz hier jeden Moment gegen uns agieren könnte. Und wir haben Gier gefunden. Wir kriegen ein bisschen E für jeden Kill mit Plasminen zurück. Natürlich haben wir ja sonst erstmal nichts an. Natürlich laufen wir hier nackt rum, deswegen sind wir auch so gut besucht. Nein, aber wir haben jetzt irgendwie das Standard-Outfit. Oh. Okay, das ist schon mal schlecht. Oh, jetzt wollte ich nicht heute eigentlich das Feuer. Oh, schön. Wie gesagt, sind wir noch. Ich kann jetzt gerade... Nein, er ist noch... ...freundlich. Wir haben nur die eine Waffe, okay. Wir haben nur gefreezt, was ist das Zeug denn? Nadine. Konfront your weakness! Da haben wir ein bisschen EVE zurückgekommen. Shit. So, gut. Dann versuchen wir doch mal hier weiter zu kommen. Wahrscheinlich hier, genau, wo wir noch ein bisschen ausgebrochen haben. Ein Dollar. Schön. Okay, dann müssen wir hier wohl oder über das Lockpicken. Lassen. Was ist sie, dass sie diese Lockpicken-Skills zu arbeiten? Nein, kein Problem. Alles klar. Schön. Kann sich tatsächlich sehr gut. Oh, Tommy Gun. Ich mag gerne gesehen. Warte mal, doch. Schau mal die hier, weil da haben wir ein bisschen mehr Muni. Oh, was nehmen wir? EVE, 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 ich kann nicht schau. Just what the doctor ordered. Und, you know. It used to be such a thrill to hear Ryan speak. Parasite this. And the exultation of man that. Sure, it could all get a bit of a bore. But the old bear sure knew how to enunciate. Okay. Okay. Ja, das ist ein Problem, ja? Oh, blöd. Ingun ammo. Das hier nichts, okay? Ich lasse mal die Revolver, weil der ist ja ein bisschen genauer. Super. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich muss mich selber wieder Hand anlegen. Wo ist er? So, volle. Am starten? Oder? Ja, oder? Das Miet daneben geworfen, aber ist ja geil. Outcome war dasselbe. Alkohol schadet uns nicht mehr als Kinder, aber ist ja jetzt erstmal krank. So, uns geht's mal gut. Oh, und hier haben wir wieder Kleidungsschiffe. Traps sind effektiver. Dann nehmen wir das doch mal mit. Kann nicht schaden. Was brauchen wir hier unten? Nichts oder was? Ne, war nichts. Okay, dann haben wir hier nichts. Chips. Das sind doch. Okay, das ist jetzt noch. So, das ist ja schwer. Jetzt sind noch mehr Funktionen. Okay. So, das ist er sehr. So, dass das Perf aus consciousness ist. Ich binなんです. Und donieren. Verbrender? Ich fürchte, dass Verbrennen heißt, wir kriegen keinen Loot von denen, ne? Das sollte man dann vielleicht auch in Maßen benutzen. Ich glaube, da geht es weiter. Wir haben hier 50 Schuss im Moment. Halt! Was ist hier los? Ein A, ja? Was ist hier? Was ist hier? Das Beste. Ich habe mich hier zu schrauben. Ja, ich habe den Kontrakt, um zu schrauben Fontein zu einem Priszen. 10 Tage, ein großer Rass, alles verletzt. Genau bevor die Priszener sind. Nur ein Schuss-Türrex. BAM! Beidekappen. Ich bin wahrscheinlich ein Krippel, in einem Köln, überrascht mit Maniacs. Ich habe sogar noch nicht geholfen, aber ich bin nicht interessiert. Ich bin einfach hier! Da hat wohl einer ein haueriges Schicksal erledigt. Ähm, ich weiß nicht genau wo wir landen müssen. Äh? Ah, okay. F***! Okay. Wunder. 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 Schuss. Es wird langsam eng. Aber... Ja, jetzt hier. Mehr. Aber wir können ja auch nicht viel mittragen, leider. Head Weapon Damage Increases. After Egypt. Okay. Ah! Das kennen wir noch. Äh, nach jedem Kick kriegen wir einen Boost zum Schaden. Dann leuchtet die Waffe so, meine ich. Boah. Wir haben das nur gecharged oder so, dann ist das direkt aufgejagt. Naja, gut. Sind wir durch? Ja. Geht's hier lang? Ja, da haben wir es. Leuchten. Genau, okay. Dann nehmen wir mal hier alles mit. Guck mal, hier gibt's einfach nur noch eine Loot Area, wo man zurückgehen kann oder so. Boah. Okay. Genau. Was ist das? Oh. Was war das? Ich muss das hier angucken. Ja. Äh, wo haben wir das? War das Boot? War das Boot? Nein. Sondern hier? Ja. Ja. Also jeder Kick gibt uns... Nee. Auch nicht. Ich weiß leider nicht mehr was das für ein... Ah, hier. Das war das. Okay. Okay. Melee Damage ist doppelt so hoch und wir können dreimal so weit schlagen, aber wir kriegen 20% Schildabzug. Ich glaube ich behalte mal diesen, ähm, diesen Shooter Skill, weil ich glaube das ist sinnvoller erstmal. Kamera dreh dich. Wenn ich die Kamera fahre, dann kusche. So. Hör uns das mal an. So. Hör uns das mal an. So. 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 Wenn ich nicht da, um ein Haus für diese Orpans zu finden, würde diese Belli-Achers nehmen? Ein Argest once sagt... Was ist passiert? Sie sind gar nicht sane. Nothin beats Your First Spice. Von dort ist es alles aufhören. The Frozen Frosties, die Jockees, die Hände 1,000 Volts, als Sie sehen. You sound sympathisch. Sie sind die ersten Sons of Bitches, die eine Antwort auf dem Boden von einer Bottle gefunden haben. Aber als Sie sehen, sie gehen alle weich auf den Knochen, an der Seite einer kleinen Freundin, und alle ihre Atom. Sie sind nicht zurückgekommen. Sie haben eine weniger sympathische Figur. Nein. Drogen. Doch, du trägst die Drogen. Zum Beispiel, das ist natürlich noch brutaler als alle anderen Drogen. Weil wenn man ja nicht identifiziert, das ist schlecht. Ich würde ganz gerne meine Vending Machine wieder treffen. Wir haben ja relativ viel Geld und relativ wenig Eikums. Wir haben ein paar Cracker. Immer gern gesehen. So weiter. Wird schön. Wo sind wir denn hier? der Ladies Wear? Jewel. So. ș welche? Ich hätte ja das da noch was getroffen. Aber, okay. Wenn wir wohl überleben. Wie sie lieben, hat sich also schon fast wieder gelohnt. Wenn hier noch… Oh, zwei Picks. Und dafür gibt es da aber ganz viel Zeug. Ich will mir noch Blupejem. Bw. Irgendwo wird sicher irgendwas zu finden sein… Ähhhhh, they had the crowd above. Okay. Crowd ist gut. Da haben wieder Freunde. Dann bleiben wir mal schön weg. Dann bleiben wir mal ein bisschen wieder. Wir können jetzt hier einfach... Das ist das Ammo für den Schönen. Oh, hier ist ein Lock. Da haben wir noch den Code. Nicht wahrscheinlich... Ah, aber unten da wo das Lockpicking war, gab es ja einen... Gab so einen Wiesenleettinger, also einen Audio Diary. Keine Ahnung. Die haben so verschiedene Namen. Nicht Oxophone, das war ein Blambier. Die haben hier irgendwas anderes als Bezeichnung. Aber wahrscheinlich kriegen wir da den Code dann. Auf der Tür. Wollen wir nur noch ein Lock... Ah, ist okay. Ohne viel... Rahmen. Hier mal... Schütz umgehen. Hier sind... Weit. Hier sind sie. Ja. Sardinen. Schuhe. Gleich. Mit... Einfluss. 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 Na komm. Spinach. Okay. Ich hab gegessen. Na, das tut euch. Äh... Kein Lockpick leider. Schade. Äh... Kein Lockpick leider. Schade. Äh... Ein... Schade. Da bringt mich doch irgendwas an. Geld. Cool. Ich würde auch grundsätzlich Bohnen essen, die hier irgendwo am Grund des Meeres seit ein paar Jahren offen gehen. Kann gar nichts passieren. In der Lobby. Ja und wie können wir jetzt hier dran spielen? Cool. Das geht erst immer noch. Schwach. I swear. Nein. Wir sind deswegen irgendwo im Wir sind da drin. Guck. 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 Da, Splicers. Guck. 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 Ok, war jetzt knapp, aber... Ach, und hier sind Wenders, cool. Können wir uns ja aufstocken. Äh, kauf ich doch mal... Ok, hier gibt es nichts für das Feuer-Ding, dann nichts, aber das hier... Ich fülle einfach mal alles auf, damit wir die Schuss betragen, voll. Aber geht. So. Ah, und hier gibt es, äh, das Frost-Ding, das ja ausschaut. Oh, es ist frisch in hier. Was sagt mir, all that cold isn't just coming from the ice rick. Garbin, cool. Man kann jetzt hier übrigens alle Waffen gleichzeitig tragen. Das heißt, man muss, äh, nicht im Hauptspiel sich entscheiden. Was ich eigentlich immer besser finde. So. 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 Nein, okay. Wir müssen einfach entdecken bleiben und die kleinen Kerle erstmal killen. Oh, zwei Buss, das ist eigentlich hier. Bleiben wir unten, nehmen wir die Boll haben. Nein, ich liebe dich. Okay. Kein Stress. Das ist unser Target. Komm her! Her! Okay, so schwer war das ehrlich. So. Gepliert wie ein Weltmeister. Nicht? Aber wir sind noch am Leben. Das ist die Hauptsache. Dann werde ich jetzt mitnehmen, was nicht knied- und nagelfest ist oder gefroren. 2 Dollar. Cool. Ist nicht wieder gelohnt. Nehmen wir doch. Das ist ein Scherz. Das Scherz. Das Scherz. Das Scherz. Das Scherz. Die letzte Bühne in der Winter. Ich glaube, ich kann helfen. Was das? Es ist eine neue Plasmide, die mir bringt, die vielleicht existieren können, aber nicht. Ich bin nicht sicher, dass ich das verstehe. Was ist es? Tear. Wo hast du das gefunden? Du wirst nicht erwartet, dass eine Mädchen all ihre Secrets share, hast du, Mr. DeWitt? Ja. Geh mal. 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 Geh schon gehnter Ohne! Geh mal. Geh mal! Geh mal! Geh mal! Geh mal! Ne�� donc? Das sind natürlich Argumente, die man nicht sagen kann. Bauen das Geld! Oh mein cool, wenn wir jetzt erst öffnen, ohne dass wir irgendwelche Penalties kriegen, 16 Schüsse, jetzt nicht so viel. So, das war das, jetzt 2 wird erkehlt. Oh mein cool, das ist ein Samurai. Das ist ein Samurai. Das ist ein Abwechslung. Immerhin. Okay, Plasmid ist hier von Thanes, klar. Ich überlege, ich gehe noch mal kurz zum Wendor, dann wünsche ich mir noch mal das Miel. Und da ist der Fahrzeuge, aber ich brauche jetzt mal hier ein und dann in eine andere Ruhe weitergehen. Winterboost ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bronco gibt es auch noch. Jetzt wollen wir aber gleich, wenn wir noch ein paar mehr haben, können wir ja in Ruhe entscheiden, was wir nehmen wollen. Äh, ich, ich mache mir mal alles voll hier. Tauschen wir dann gegen Geld. Äh, okay. Achja, wir haben wahrscheinlich schon alles gelootet hier. Dann kriegen wir jetzt kein neues Geld. Schade. Haben wir grad nie verschwendet. Aber gut. Egal. Ja, und der Part ist zu Ende. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part und holen uns dann den Schockjockey. Bis dann, tschüss. Ab Muchas. cousinsillance mit ley ist. Vielen Dank.